...beschissen und es ist ziemlich groß hier alles und ich werde einfach alle Medikids aufnehmen und damit der Money keine mehr kriegen kann. Jetzt auch ein Hallo von mir, jetzt merke ich nämlich, hey Mensch, ich nehme tatsächlich auf. Wow. Also wer die exklusiven 10 Sekunden vorsehen will, der muss halt auf Delori ihren Kanal gehen. Da habt ihr nicht viel verpasst. Wir standen hier und haben gesagt, was ist das letzte Mal passiert. Nicht wie immer. So. Ja, so. Du hast doch gar nicht aufgenommen. Oh, was ist denn das? Oh. Was denn? Was hast du gemacht? Ach du Facke. Und ich stehe genau drin. Ich stand auch drin. Hey, sag einmal. Ich weiß nicht. Soll ich dir jetzt wehtun oder nachher dann nach der Aufnahme? Mach's lieber nachher. Oh Gott. Was sollen die Leute von uns denken? Ja, das wird eigentlich... Ihr denkt, na, tatsächlich noch wer hat was miteinander. Ja, das wird eigentlich... Du bist zu heiß. Heiße Angelegenheit sag ich dir. Oh mein Gott, das wird so in die falsche Richtung. Es ist unglaublich, wenn wir uns jetzt schon gegenseitig anzünden. Ja, ja. Sei froh, dass wir nicht Left 4 Dead spielen. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Oder wie? Was ist denn da? In Left 4 Dead schmeiß ich gerne meine Kampanen mit Molotows ab. Ach Gott. Ja, aber ich tue ja auch die ganze Zeit herum Molotows mal so. Ja, ja, aber ich mit Absicht auf meine Mitspiele. Wirklich? Ja. Dein richtiges Arschloch. Oh ja. Jetzt wird's schon wieder nicht weich. Ich hab gehört, Frauen stehen auf Arschlöchern. Ja, es geht schon so viel. Also wer uns verfolgt, wenn wir halt so aufnehmen und so. Es gibt immer mal wieder so Folgen, wo ich mich beim Schneiden dann auch frage, was da eigentlich passiert ist dann da. Was haben die Leute für Drogen genommen? Ja. Oder was sollten sie vielleicht nehmen? Na, ich glaub nicht, dass wir noch Drogen nehmen sollten, weil die Leute führt in die komplett falsche Richtung. Oh mein Gott. So. So, und was sollen wir jetzt hier tun? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hatte nämlich nicht zugehört, was mein Charakter gesagt hat. Weil ich war irgendwie abgelenkt. Vom Sterben. Aha, was ist denn das hier? Achso, auch wieder was zum Anstellen. Und ich dachte von mir, Ma, jetzt bin ich aber wirklich ein bisschen traurig. Ja, nee, also so, nee, nee. Ja, super, toll. Ich glaub, es hackt. Wir müssen unser Missionsziel finden und irgendwie hast du, glaub ich, diese Stufen nach oben übersehen. Und zwar die richtigen, die... Nee, nee, da war ich schon. Wirklich bei den vorderen Orten? Ja, ja. Aha, ich hab's gefunden. Ach, kem so das Feuer angezogen worden ist. Ach, kem so das Feuer angezogen worden ist. Oh, du hast was gefunden. Toll. Voll toll. Ich hab gesagt, ist das... Ist das der in Ernst? Ja. Jetzt hör mich hier lang. Hast du auch vorher geklopft? Nein. Das ist sie. Ah. Das ist sie. Ah. Das ist sie. Tried to control it. I know you can do it. Ich klingt wie so eine alte Frau. Wir können sie nicht mehr nutzen lassen. Ja, voll. Wir können sie nicht mehr nutzen lassen, was sie mit Palinai getan haben. Nicht wieder. Okay. What are you saying? They did this. The outbreak on Palinai, it was them to test their bioweapons. And a mutagen. It will destroy us all. You won't be able to control it. It will control you. But what about that antidote? Don't you understand? There is no antidote. They caught me when I tried to sneak in here. They tested the mutagen on me, not knowing what it would do. They didn't know I was immune like you. Look what it turned me into. I killed them all. We won't be able to stop it. That's why we have to destroy it before it destroys everything. Harlow, listen to me. We can control it. We can get off this damn island and find help. There is no help. We can't escape. None of us can. We're too dangerous. Okay. We can never leave this island. Ever. Harlow! Yeah, if I'm not going to be, I'm always going to leave this island. Immer. Yeah, yeah. Look out! Die glaubt, sie kann nicht das machen. Don't do this, Harlow. Ja, ja, ich bin auf jeden Fall tot. Shut the fuck up, come. Schleich, wie du plädest. Ah, Entschuldigung. Ich will einfach nicht schieben. Bitte? Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Haha. Geh weg, du blöde Kuhn. Ja. Ich glaub, wir haben sie getötet. Lol. Ja, ich glaub, das wird ganz blöd jetzt. Oh no! Ja, und warum dringend... Wieso hat sie auf einmal... Geh bitte. Und außerdem... Sie hat ne Kettensäge. Und bevor sie irgendwas tut. Ja. Versteh ich überhaupt nicht. Ich auch nicht. Geh weg, du blöde Kuhn. Macht aber ganz schön Schaden, oder? Ja, ich hab auch keine Gruppenraserei haben. Ja, ich hab auch keine Raserei. Und jetzt sterb ich schon wieder. Was ist da? Na, ich mein, stirbt hier jemand. Da jetzt hast du rasen. Ich hab... Ich kann nicht rasen. Da funktioniert ein Scheiß. Funktioniert das. So, ich werd hier einfach mal Gewehrmunition aufheben, weil ich so lustig bin. Ist in Ordnung. Sie ist auch schon wieder gestorben. Okay. Aber warum hat die ne Kettensäge? Ich war auch ne Kettensäge. Ich glaub, da muss ich Doom spielen. Boah! Ist doch das wahnsinnig so blöd, der Kuhn ist ja vor dem. Oh, die brennt so schön. Hast du sie grad angezündet, ne? Ich hab sie nicht angezündet, ne? Soll ich sie anzünden? Nö, sie ist grad angezündet worden, wievielweise. Ja, wahrscheinlich durch sie selbst. Sie wirft da irgendwas. Aha. So hässlich, die Leute. Entschuldigung. Bist du heute oberflächlich? Komm bitte her, bitte her, Manni, Manni! Sie schießt schon die ganze Zeit auf ihren Kopf, was aber überhaupt nix bringt. Ja, das hat auch Logan gesagt, dass es absolut gar nix bringt. Lockt sie mal ins Feuer. Ja, vielleicht solltest du sie ins Feuer locken. Ja, du hast die Agro. Vielleicht solltest du mit ihr einfach mal wohin hinlaufen. Ja, aber ich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Hä? Oh Gott, du kannst... Hä? Boah, ist das ja einer Ernst? Ja. Ähm... Ja, cool. Oh Gott, ich kann da nicht draus. 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 Und ich glaub, sie... Wo ist sie denn? Hinter mir! Ach, sie reden nicht draus. Ach, sie reden nicht draus. Ähm... Okay, ja, geil. Ich bin wieder tot, ich weiß nicht, was ich hier machte und ich weiß nicht... Oh Gott. Oh mein Scheisse fucking Gott. Wenn das mutagen, was ist denn das? Ich weiß es nicht. Da ist es. Hast du es? Ich hab's! Ja, ich kriege auch eins. Jetzt ist sie dran. Und ich bin tot. Das hat voll viel gebracht. So, jetzt aber. Ist sie getowered? Immer noch nicht. Mann, bitte hilf mir! Ich bin doch dabei! Was ist nichts, was ich hier tue? So, jetzt aber. Nebenbei noch die ganzen Zombies, die hier sind. Wow! Warst du das? Ja. Irgendwo muss ich auch tun, ne? Es ist vorbei, Harlow! Na, also ich weiß ja nicht, was du tust, aber ich töte dir. Ja, ich so. Aber Mama, das töte Zombies. Ja, deswegen ja. Okay. Das ist so heldenhaft von dir. Ich weiß, danke. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Schau rund um dich. Nichts sehen? Du verletzt diese Isle und die ganze Welt wird so aussehen. Du wirst so aussehen. Du bist der Angel der Tod. Ja! Super. Das ist jetzt gut. Toll! Das ist so ne Kettensäge, das ist meine. Du hast ne Kettensäge? Ja, ich hab ne Kettensäge. Gut, dass du nicht mein Feind bist. Moment! 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 Ich muss nachladen, alles was zum Nachladen geht. Okay. Wär eigentlich ne gute Idee tatsächlich, ja. Ja. Aber das kann ich auch im Laufen machen. Ja, weil ich versuch halt dann Munition aufzuheben und so. So, was genau sollen wir jetzt tun? Wo sollen wir was tun? Ich weiß nicht. Wir müssen zu irgendeinem Boot oder so. Ja, ja. Ich weiß, hier vorne steht irgendwie ein Boot, aber ich glaub dafür müssen wir jetzt tatsächlich hoch. Ah, okay. So, ich bin aber noch nicht fertig hier. Nee, wir müssen nicht hoch. Weil ich hab so extrem... Ja. Äh, nö, wir müssen so lang... Nö, müssen wir nicht... Ah, hier! Also bei mir hat er eben gesagt, ja, nö. Aha. Ich muss nämlich hier lang. Interessant. Ah, ich sag... Aha. Na, zu mir sagt er... Da lang... Da... Ja, genau. Oh, warte. Kettensägen in Action! Haha. Komm! Schnitt! Okay, das hab ich mir besser vorgestellt. Lol! Das war lustig. Oh, das ist toll! Läuft! Ich hab schon wieder Alkohol eingesteckt, was auch immer so. Ich hab schon wieder Alkohol eingesteckt, was auch immer so. Ja. Ja, das ist ne heimliche Sucht von dir. Das wissen wir ja. Ja, voll. Hallo! Sonst haltest du ja mit dir nicht aus. Ja, das kann ich nachvollziehen. Warst ernsthaft? Klar! Ich halt da rein! Du bist übrigens auch einer von denen, die Leute liegen lassen, wenn sie noch leben, gell? Ich will ja nur so sagen. Ja, sorry. Da war halt ein Großteil. Da war mir jetzt wichtiger. Geh mal wieder! Boah! Das interessiert meine Kunde. Mann! Wieso bin ich schon wieder so? Mann! Das Ding lebt ja immer noch. Also da bringt ne Dingens hier, ne Kettenneggels gar nicht mal so viel. Nein, nein. Ich bin enttäuscht. Granate! Ich bin auch enttäuscht, weil jetzt bin ich da drinnen und... Granate! Ja, ja, schieß ruhig. Granate! Alter, was machst du? Feier ein Erhol! Aha. Ist es tot? Es ist tot. Hauptsache, ein Zombie frisst irgendwas da. Ja, lass ihn doch essen. Gib ihm das seine. Ja, mir das meiste. Oh meinetwegen auch das. Bleib liegen. Bleib liegen. Liegt doch gar nicht. Nicht du! Ich rede nicht von dir beim, beim, ne? Liegenbleiben. Beim Liegenbleiben. Nein, ich bin noch nicht von dir. Oh, eh, oh, oh, oh. Wo bist denn du? Ich bin beim grünen Kreis. Ah, bist du da hingekommen? Äh, untenrum. Ah, okay. Hi. Wo ist es denn? Hi. Hm, lecker. Was machst du da? Hast du grad deinen Arsch gekratzt? Nee, aber ich hab mir das hier angeguckt. Oh, ich hab dir schon wieder geheilt. Nein, du hast mir am Arsch gekratzt. Ich hab dir den Arsch gestochen. Das ist übrigens ein Unterschied. Ich wollte auch grad darauf. Ich stech dir gleich irgendwo hin. Acker mal! Schmal! Lass mich doch mal da hoch, verdammt! So! Boah! Ich bin schon da, du nicht. Bla, bla, ha, ha, ha. Ha, ha, ha! Wie sollen wir jetzt da rein? Achso. Weißt du, wat? Ich jag dich gleich in die Luft, hier. Oh, oh. Nee, ich hab... Nein, ich hab den falschen Weg genommen. Geh weg! Hm. Mann. Frau. Hier. Hier musst du drücken. Hier sieht man doch. Hier. Was machst du denn da? Hier. Ich muss mal aus dem Scheiß da rauskommen. Wo? Muss wo drücken? Ja. Beziehungsweise ich muss hier drücken. Und jetzt muss ich auf dich warten. Warum? Weil du wieder da irgendwo hinten lang gehen wolltest. Typisch. Ja, bla, bla. Typisch. Genau, und jetzt passiert wieder irgendwas. Komm, geh scheiße. Geh weg. Warum? Was? Wie bist du eigentlich entkommen von der anderen? Dann trotzdem. Voll. Mhm. All their equipment is state of the art. Once we're on board, you have my word that we'll do whatever it takes to treat you. Now that I know where the ship is, I don't need your fucking help. I know you took a mutagen. I can see it plain as day. You can't control it. You can't stop it. If you want any chance of a normal life, you need to come with me. I'm gonna feed your ass your infected pals, got it? You'll see. Mhm. Geh, wir meinen das Boot. Voll. Mich interessiert dieser Arsch auch nicht. Ja. Der soll weggehen. Der soll gehen, wo er wohnt. Ja, voll. Wir haben jetzt das Boot und wir können uns nicht steuern, weil wir zu blöd dafür sind. Wo ich hab kein Bootsführer schon. Ach so, verlasse die Insel. Ach da. Ah. Wenn du den Kutter startest, bedeutet dies, dass du Palanei mit deinen Freunden für immer verlässt und die Geschichte zu Ende ist. Ja. Du kannst mich hier nicht verlassen. Du verdammte Freunden! Geh zurück, du verdammte Freunden! Aha. Du wirst nicht wissen, was du machst! Sind das unsere Freunde? Bestimmt. Also jetzt, ja. Sie haben ihn getötet. Ihr seid unsere besten Freunde. Ernsthaft? Ja. Gibt dich jetzt. Ja. Dann schauen wir uns die Filmsequenz noch an. Ja. 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 Und jetzt unsere Meinung nach. Das bleibt ja auch im Kino. Was? Wo kommt die jetzt her? Das würde ich mich auch fragen. Gott, ach so. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Naja, dass sie halt anhand des Mutagens sich auch zu Zombies verwandelt haben. Aha, okay. Und war das jetzt dann der letzte Teil? Nein, es gibt ja noch etwas, oder? Es gibt noch einen anderen Teil des Dead Island Epidemic. Das ist ein reiner Singleplayer-Gedöns. Und jetzt kommt ja, ich glaube nächstes Jahr, Dead Island 2 raus. Was wohl auch mit anderen Charakteren dann tatsächlich spielt. Glaub ich. Aber ja, das war Dead Island mit Rippchen. Die Rippchen waren überall zu sehen. Voll. Ich muss sagen, spielerisch gesehen war es wesentlich besser als noch der Original-Titel. Ja, das stimmt. Aber irgendwie, das weiß ich nicht. Also es ist immer wieder ganz wichtig. Aber es ist schon, es hat schon den Grund, warum wir die Nebenquests auslassen. Und das ist wirklich, weil wenn du dauernd irgendwo was holen musst und irgendwie... ...fünfmal zum selben Punkt hinlaufen musst für irgendein Scheiß. Nein, das geht gar nicht. Und es bringt eigentlich relativ wenig. Aber es ist trotzdem dennoch ziemlich witzig eigentlich. Und ich fand es schon ganz cool, dass wir mehr Suchbrassen hatten. Da überall Munition herumlag. Und es ist auch realistisch, dass man Munition nachladen muss. Aber das ist hier wirklich sehr, sehr ungut, dass man halt immer nachladen muss, bevor man überhaupt weitere Munition aufnehmen kann. Ja, das ist halt... Du kannst halt nicht, ne? Drei Kisten Munition mit dir hererschleppen. Ja, stimmt. Das ist halt auch wieder... Ah ja, und für meine Zuschauer, ich habe die Credits abgebrochen, weil das einfach zu laut war und weil man den Namen unseres nicht mehr verstanden hätte. Deswegen sind die Credits einfach nicht durchgelaufen. So was aber auch. Ja, blöd halt, ne? Aber das sind halt Credits, die müssen halt immer mal wieder lauter sein, als es eigentlich sollen. Ja, verstehe ich aber überhaupt nicht. Das ist blöd. Eigentlich könnte ich halt hier nochmal die Credits durchrasseln lassen. Nur das Blöde ist halt in dem Fall, dass ich in den Optionen nicht leiser stellen kann. Deswegen, ja. Ah, doch, kann ich. Nein. Also, wenn wir die Musik... Kannst du nicht? Ja, ich würde... Wählst du das? Ich werde einfach die Credits nochmal durchlaufen lassen, falls ich das kann. Doch, nicht. Wir gehen da doch. Komm, äh... Lassen wir das durchlaufen. Nein, die laufen doch schon drei Stunden. Du kannst die doch nicht nochmal drei Stunden lang durchlaufen lassen. Hier kann ich es nochmal durchlaufen lassen. Außerdem ist, äh, sind die Credits, so wie es bei mir gerade durchlaufen, viel höher, weil sie sind nämlich vor dem, äh... Vor diesem Insel-Hintergrund, ja. Ja, genau. Finde ich ganz cool. Es ist ja auch nicht allzu laut und man versteht dich auch, weil vorher hat man dich überhaupt nicht mehr verstanden fast. Und deswegen habe ich mir gedacht, bäh. Und ich finde schon, dass man da einfach den, äh, Credits durchlaufen lassen kann, weil, ja, hat doch auch jemand daran gearbeitet und es hat... Wie, da haben Menschen daran gearbeitet? Nee. Ja, doch, doch, doch. Nee. Ja, wirklich. Okay. Ja, oh arg, oder? Ah, heftig. Wie, grafisch. Na? Aber was willst du machen? Irgendwo müssen halt Leute arbeiten. Und auch anspielen. Ja? Toll. Ja, es hat, äh, Spaß gemacht und... Wie, wir hatten Spaß? Ah, doch. Aber nur wegen dem Spiel, nicht wegen dir. Egenfalls. Oh mein Gott, wenn das jemand hört. Die glauben doch, wir töten uns gleich. Na ja, Mann. Das tun wir doch auch gleich, oder? Das wird es ja auch nie wieder was in Zukunft von uns beiden geben. Sinne. Nie wieder. Es ist unglaublich. Also mit deinem Mammut zu spielen, ist natürlich... Man begibt sich natürlich in Lebensgefahr, aber... Wie gesagt, also wie oft ich auf dich einen Kanister geworfen habe und dann, ne, angezündet habe. Einfach nur, um dich zu ärgern. Es war so lustig. Ja, na, man begibt sich halt in Lebensgefahr, aber... Kann man nichts machen. Ist halt so. Ja, voll. Nein, du wusstest, worauf du dich einlässt. Ja, sicher wusste ich, worauf ich mich einlasse. Und deswegen habe ich halt dann... Ja, doch zugesagt. Weil, äh, life ist zu short und so. Wie, das Leben ist kurz? Ja, voll. YOLO, YOLO. Ja, YOLO, genau das wollte ich sagen eigentlich, aber dann... Solange du nicht mit YOLO Swag ankommst, ist alles okay. Oh mein Gott, nein, Swag, Swag gibt es ja gar nicht mehr bei uns. Ich weiß nicht nur, ob wir das hier hatten. Nein, ich glaube, niemand hatte Swag. Also ich glaube, Swag war ja nur ganz kurz zu Moneyboy-Zeiten und war witzig. Dann war es irgendwie nicht mehr witzig, sondern einfach nur mehr lächerlich. Und dann ist auch dieses ganze Swag-Zeugs wieder abgeflaut, glaube ich. Ich verstehe. Voll. Zwei Sachen, die ich sowieso nicht mehr gekriegt habe, so richtig. Ich habe auch eine Zeit, da hat es irgendwie Endlaser gegeben. Was cool heißt. Endlaser. Endlaser. Boah, das ist ja voll Endlaser. Ja, aber genau so. Alter, wie kommt man auf so ein Scheiß? Das sind einfach Leute, die nicht so Endlaser sind, kommen auf solche Sachen. Das ist ja fast so, wie es bei uns halt gab. Das ist ja voll Porno. Boah, oh Gott, ich hasse das. Ja, voll. Das ist auch zu uns durchgedrungen, aber wir haben das nie verwendet. Wir haben uns einfach nur gedacht, oh mein Gott, warum? Ich habe keine Ahnung. Boah, no, wie kommt man da draus? War das, äh, waren das nur Sachen, die gut waren? Schon, oder? Ich glaube, ja. Ich meine, ich habe es nie verwendet von, also nie wirklich ernsthaft verwendet. Ich habe das auch immer halt in uns lächerlich gezogen. Ne, halt jetzt, wie jetzt gerade und, und sonst. Keine Ahnung. Ja. Aber man muss ja auch nicht alles wissen. Kann man nicht alles wissen, muss man nicht alles wissen. Das geht ja gar nicht. Nein, voll, ich bin genau derselben Meinung. Juhu. Du hast eine Meinung? Ähm, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob wir jetzt von derselben Person reden. Natürlich habe ich eine Meinung. Ah, okay. Also ich finde, ja, nein, ja, nein, ich glaube nicht, dass du irgendetwas verstanden hast gerade. Ja doch, wir sprechen mehr oder weniger dieselbe Sprache. Von daher, doch, überwiegend habe ich es verstanden. Ah, okay, dann lasse ich dir das nochmal zu. Also ich lasse es dir nochmal durchgehen. Meinst du? Ja. Das finde ich aber sehr, sehr nett. Ja, das ist, weil ich sehr, sehr pracht bin und sehr nett und sehr nett halt. Du, nett? Warum? Ja doch, manchmal schon. Ja, weiß ich nicht. Hab ich so im Blut. Auch noch im Blut? Ah. Nettigkeit? Tut das nicht weh? Manchmal schon. Ist das nicht eben ein bisschen so wie Krebs? Pest? Nein. Nettes Blut ist viel, ja. Nettigkeit ist wie so eine Pest, die wird doch immer überall unterdrückt. Ja, ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dagegen machen. Bekommst du da einen Behinderten-Schein? Ja, dann ganz normal arbeiten wir alle. Ich meine, ne, du bist ja einer der wenigen Personen, die nett sind. Das ist doch dann schon, ne, bestimmt offiziell anerkannt als eine Behinderung. Ich kann auch nichts machen. Ne? Okay. Ja, dann ist der halt nicht zu helfen. Kann ja auch nichts machen. Ja, nein. Nein, kann man nichts machen. Ja, aber deine Meinung zum Spiel? Toll, naja, eben wie vorher gesagt, ich fand's ganz cool, dass man ihn getroffen hat und dass Waffen eben nicht so schnell kaputt geworden sind und ja, es war ganz witzig. Aber das lag wahrscheinlich auch eher noch an dir. Aber naja, das ist spiel. Ich meine, es tut mir jetzt leid, ich weiß, dass ist jemand dran gesessen und hat gearbeitet, aber es ist jetzt nicht ein orientiertes Spiel, aber mir fiel ich sehr gerne. Aber sie haben es besser gemacht als den Vorgänger. Der Vorgänger war echt grottig. Ja, das stimmt. Aber ich fand beim Vorgänger trotzdem die Gegenden schöner. Ja, das stimmt. Also hier waren wir zu oft in einem Dorf. Ja. Ja. Das Ding. Wacke ich nicht so gerne. Meine Credits sind jetzt auch endlich durch. Deine Credits sind durch, meine noch nicht, aber was ist deine? Was ist deine? Meine Meinung zum Spiel ist, ich glaube, dass das Entwicklerteam dahinter entwickelt sich immer noch weiter stetig. Auch hier Dying Light kam ja dann auch irgendwann von denen raus, was ja halt tatsächlich spielerisch nochmal eine ganze Ecke mehr war. Und ich kann mir vorstellen, dass Dead Island 2 nochmal mehr Richtung ein gutes Spiel werden könnte. Oder es dann nicht mehr mit denselben, oder? Der ist nicht mehr mit denselben Protagonisten, nein. Weil die Story von denen ist quasi jetzt hier abgeschlossen und... Dann sehen wir eh, was ein Toten wird, wann soll das rauskommen? Vielleicht nächstes Jahr. Weiß man aber halt auch noch nicht so ganz genau. Ich finde halt schade. Es gab halt, in der Mache war von den Entwicklern so ein RPG tatsächlich. Halt gegen Dämonen, Skelette und haste nicht gesehen. Haben sie nur leider eingestellt. Sollte ursprünglich 2014 bereits rauskommen. Aber das hatten sie dann im Vorfeld schon eingestellt. Da war ich tatsächlich ein bisschen verärgert drüber. Also was heißt verärgert, ne? Aber ich hätte es mir halt tatsächlich gut vorstellen können. Auch gut vorstellen. Hört sich auch gut an, finde ich. Weil bei so einem richtigen RPG habe ich dann tatsächlich halt auch mehr Lust, dann auch so Nebenquests zu machen, als jetzt wie hier. Ich meine, klar ist es halt auch irgendwo ein RPG. Du hast einen Charakterfortschritt, du hast Erfahrung und alle Waffen, die du aufwerten kannst. Aber es ist immer noch in der Zombie-Apokalypse. Also im Fantasy-RPG, da habe ich dann tatsächlich mehr Bock drauf, dann auch alles drumherum zu machen. Weiß nicht, vielleicht bin ich da komisch gestrickt oder sowas. Also beim Zombie-Gedöns, du willst Zombies abschnetzeln. Du willst weitergehen. Du willst vielleicht ein bisschen Story mitkriegen. Aber in erster Linie willst du die Zombies abschnetzeln und nicht irgendwie Quests dazu machen, die Zombies abzuschnetzeln. Ja, stimmt. Also da gefällt mir schon, das Left 4 Dead besser ein bisschen. Zumal du hattest auch nie wirklich das Gefühl, na gut, das ist auch wiederum gut, du hattest nie das Gefühl, dass du wirklich den Zombies in irgendeiner Form überlegen bist. Weil sie halt immer mit Leveln. Und dennoch wird es halt irgendwann dann eigentlich so in so einem RPG einen Punkt erreicht haben, dass halt dann 0815 Gegner von vor 12 Stunden da einfach mal so niedermähen kannst in Massen. Cool. Naja, obwohl das mag ich schon sehr, sehr gern. Dieses Niedermäen, also mit dem geht es eigentlich voll da drin, irgendwie. Aber hier halt immer dieses Mitgelevel von den Gegnern, das erinnert mich halt auch in gewisser Weise an The Elder Scrolls 4 Oblivion. Da haben die Gegner halt auch immer mitgelevelt. Da war bis zu einem gewissen Levelpart dann teilweise auch schon fast schon knackig. Aber es war nicht ganz so krass wie hier. Hier hast du dann teilweise halt die ganz normalen Gehrer gehabt, die du auch am Anfang des Spiels hattest. Und du hast gegen die genauso gekämpft wie am Anfang auch. Was aber wiederum auf dem Zombiespiel gesehen halt schon wieder fast vernünftig ist, weil es sind nach wie vor Zombies. Und sie stellen da genauso große Bedrohungen da wie am Anfang gespielt. Von daher ist das schon fast passig. Passig? Passig heißt das, was passt? Oder wie? Ja, will ich jetzt so ausdrücken. Ja. Ja, stimmt. Na, es war eh, wenn es anspruchsvoll bleibt, dann ist es eh gut. Aber ich könnte es halt besser machen. Aber ich könnte es nicht besser machen, deswegen kann ich da gar nichts sagen dazu. Ja. Toll. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Wir haben jetzt recht viel geredet und recht viel gesagt. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für's Zuschauen und dass ihr uns begleitet habt in diesen gruseligen Zeiten. Ja, und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir etwas zusammen machen. Auch wenn wir uns gut beschimpfen werden und recht hassen, aber das ist leider so. Ja, da können wir nichts machen. Ja, voll. Bitte halt jetzt deinen Mundlmarkt zu Ende reden. Ja, ich bin schon fertig. Mammut, bitte, was sagst du dazu? Ich schließe mich dem an und sage jetzt einfach Tschüss, weil ich die Klappe halten soll. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao, ciao.